hey leute und herzlich willkommen zu meinem ersten call of duty black ops 3 live commentary auf dem kanal wie ihr im videotitel schon richtig gesehen habt mein traum land aus und zwar das projekt ist so ein bisschen zerfallen ach schade wollte den challenge in das projekt so ein bisschen zerfallen und da habe ich mir gedacht dass ich nicht mehr dass ich da eigentlich dann nicht mehr mitmachen will wenn das projekt schon so zerfallen ist und eventuell gibt es allerdings ein neues projekt und zwar minecraft domination nennt sich das ganze dann und da werden wir halt das wird dann halt allerdings war nila ok schade 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 aber die runde läuft eigentlich ganz gut und zwar wieder meine nation wäre das dann so also es wird geben wer von euch kennt hero so wie bei hero damals städte glaube ich ich glaube zumindest aber ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich mitmachen werde so jetzt endlich mal ein kill und da kommt er von hinten ja würde ich sagen läuft bei dem ich habe vollmantel geschoss ja schade dass der wenn er so im halt glitsch ist kann ich ihn schwer holen da kommt doch immer einer da kommt immer einer aber da kommt auch oft einer ach komm her da schade 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 hat die mich gerade gerippt oder was naja leute das hier ist übrigens der beste nuketown spot den ihr haben könnt wenn ihr hier steht und die gegner dort spawnen dann könnt ihr alles zerficken da könnt ihr alles zerficken das ist der beste nuketown spot den es gibt nicht für die map außerdem sowieso ultimativ geil und dann kommen die gegner wieder von hinten so wie man das kennt aus dem guten alten buch da komm her so aha so wie man wieder von hinten dann und ja ja Ja, wenigstens habe ich noch die Dinges bekommen, Vorräte, hier, bam. Warten wir kurz auf die Vorräte, Leute. Währenddessen campen wir uns schön hier hin. Und sehen zu, dass uns keiner die Vorräte geiern will. Ach, Schwebeladung, naja. Und da, Leute, seht genau hin, wo der Pfeil hin zeigt. Call of Duty, was ist da los? Nice, 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 Leute. 18 zu 10 ist gar nicht mehr so schlecht für mich. Für meine Verhältnisse her. Na, komm, 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 komm. Da wurden mal zwei absolut gerapet. Komm her. Und du auch, komm her, komm her, komm her. Ach, zwei sollen nicht herkommen. Nur einer, nur einer, nur einer. Da, es ist... Ja, okay, wenn er da mit Tempest um die Ecke piekt, dann kann er nicht recht wenig machen, aber... Andererseits leuchtet die Runde gerade, bis auf diese Hellstar. Ja, bis auf diese Hellstar. Komm her, komm her, nice. Hier, nice, diese Runde läuft, war richtig für mich. Hm, ja. Ich verwende meine Nades irgendwie nicht. Ich hab sie immer dabei, aber ich verwende sie kaum. Nades verwende ich irgendwie nur in Arena. Ja, äh, das war's für diese Runde Nuketown. Wie gesagt, äh, Minecraft Domination. Wenn ihr, äh, Minecraft Domination sehen wollt, dann schreibt das, äh, schreibt das bitte in die Comments. Äh, wenn nicht, dann schreibt gar nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, like. Wenn nicht, dann dislike. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.